Evangelischen halt auch, aber ich weiß nicht, deshalb ist das schon ein Problem. Und jetzt wollte ich Konfirmationen machen, also evangelisch, und mich dann gleichzeitig taufen lassen. Das habe ich jetzt aber auch nicht gemacht und ich weiß nicht, mal sehen. Aber deshalb glaube ich trotzdem an Gott, also an diese Macht, nicht an so einen Menschen. Aber ich bin halt nicht getauft. Also ich wurde gar nicht getauft, ich bin ja jüdisch, also ich wurde beschnitten. Und ja, also ich glaube auch an Gott. Ich glaube selber so gar nicht an Gott und der katholische Gott.